Die Adventure Sports ist das neue Sondermodell, das Honda der CRF 1000L Africa Twin 2018 zur Seite stellt. Die Adventure Sports zeichnet einen größeren Tank mit 500 km Reichweite, längeren Federwegen, entsprechend mehr Bodenfreiheit und eine höhere Sitzposition aus. Damit ist sie hinsichtlich Fernreiseetappen auch ohne regelmäßige Treibstoffversorgung bereits serienseitig bestens vorbereitet. Die Farbgebung orientiert sich an den populären Vorbildern. Die 2018er CRF 1000L Africa Twin Adventure Sports ist ausschließlich in der Tri-Color-Lackierung erhältlich. Zur Würdigung des 30 Jahre Jubiläums der ersten XRV 650 Africa Twin, die 1988 das Licht der Motorradwelt erblickte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www. revive-re 티 peligro-地 lateர vocalistische Geigerirdausz. Wir stellen uns, erst wenn die Vorbild-Lackierung erhältlich. Untertitelung des ZDF, 2020